Was ist der Unterschied zwischen Pilgern und Wandern? Also was Pilgern ist, versteht man glaube ich am besten, wenn man auf die Wortbedeutung geht. Das kommt aus dem Lateinischen, von dem Wort peregrinus und das bedeutet der Fremde. Und da merken Sie sofort, ah, der Pilger ist der, der die Komfortzone verlässt, aus religiösen Gründen. Er macht sich auf in eine fremde Gegend, wo er sich nicht zurechtfindet, wo er auf Hilfe angewiesen ist. Und das aus religiösen Gründen, nach Mekka, nach Rom, nach Santiago, Jerusalem und so weiter. Heute, wo das alles durchorganisiert ist und im Grunde industriell gepilgert wird, merken Sie an den meisten Orten davon nichts mehr. Früher brauchten die Pilger jemanden, der sie beherbergt. Und da kommt das nächste schöne Wort ins Spiel, nämlich das Wort Hospital. Das ist der Ort, wo der Pilger gastlich aufgenommen wird. Und witzig ist, das hat sich dann im Deutschen in die Richtung Krankenhaus entwickelt, aber eben auch in die Richtung Hotel. Und genau das, da schließt sich der Kreis, denn das brauchen Pilger bis heute.